Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK THE ISLANDS Ja, ihr seht schon, ich habe hier jetzt einmal alles abgerissen Und ich werde jetzt einmal anfangen... Was willst du denn jetzt? RAPTURN Dann will jemand ärger machen Ach, liegt da auch noch vor Ich werde jetzt einmal anfangen hier zu bauen Wird halt erstmal mit einem Grundgewiss anfangen Mit Werkstatt und Wohngebäude Vielleicht noch hier hinten mit Gewächshaus zu Aber muss ich mal gucken Ja Wie gesagt, für euch wird das jetzt halt eine Zeitreife sein Damit ihr halt seht, was ich da baue Wie ich mich halt blöd anstelle Beim Bauen Und wir sehen uns dann gleich too Wie 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Schränke. Bis zum nächsten Mal. da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Erst Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 wirklich ein bisschen umstrukturiert weiter ist das neblich und ich hab gar mal aus also normal naja aber an sich mit dem bau wenn ich jetzt ja für diese würde sagen für diese episode durch hat der jetzt eben gerade noch mal was umstrukturiert ich hätte noch mal platz bräuchte oder brauchte für die terminals ansonsten hier sind so küchezeile hin hier vielleicht noch so paar tische oder bänke das fährt holz hierzu schwer als modisch holen gut aber ich würde mal sagen ich werde mal die folge und wir sehen uns beim nächsten mal auch und tschüss